Minusstunden. Kann der Arbeitgeber eigentlich mein Gehalt deswegen kürzen? Sie kennen es vielleicht auch, in jedem Betrieb, in jedem Unternehmen gibt es mal höhere Belastungsphasen, mal niedrigere und gerade bei den mittlerweile gängigen Kleidzeitmodellen ist es immer mal wieder so, dass man vielleicht auch mal ein paar Minusstunden macht. Und gerade wenn man vielleicht sich überlegt, das Arbeitsverhältnis vielleicht zu beenden, ist natürlich immer die Frage, was passiert mit Minusstunden? Überstunden, das ist relativ klar, die werden ausbezahlt oder abgebaut, aber was passiert mit Minusstunden? Und da kommt es mal wieder darauf an. Es kommt darauf an, wer für die Minusstunden verantwortlich ist. Wenn der Arbeitgeber dafür verantwortlich ist, weil er nicht genügend Arbeit für Sie hatte, dann kommt er in den sogenannten Annahmeverzug. Das heißt, Sie als Arbeitnehmer wollten hier arbeiten, Sie haben Ihre Arbeitsleistung angeboten, der Arbeitgeber konnte Sie aber nicht annehmen. Entsprechend ist er natürlich auch verpflichtet, Ihnen Ihren kompletten Arbeitslohn zu zahlen und kann dann die Minusstunden Ihnen nicht vom Gehalt abziehen. Anders ist es, wenn Sie als Arbeitnehmer für die Minusstunden verantwortlich sind. Das heißt, Sie hatten vielleicht einen Arzttermin, sind früher gegangen oder haben sonst irgendwie die Arbeit früher verlassen, obwohl genügend Arbeit da war und sind deshalb in die Minusstunden gerutscht. In diesem Fall kann tatsächlich der Arbeitgeber bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses Ihnen diese Minusstunden vom Gehalt abziehen. Wenn Sie mehr zu diesem Thema wissen wollen und vor allen Dingen, wenn Sie wissen wollen, wie der Betriebsrat beim Thema Arbeitszeit zu beteiligen ist, dann schauen Sie bei uns vorbei. Wir haben das passende Seminar für Sie, Betriebsverfassungsrecht Teil 2. Da werden die Beteiligungsrechte des Betriebsrats bei Arbeitszeit besprochen. Ansonsten freue ich mich, wenn Sie diesen Kanal abonnieren. Hat es Dir gefallen? Super! Dann sieh Dir doch auch dieses Video an, das ganz speziell für Dich ausgesucht wurde. Hier findest Du ein Gratis-Angebot für Dich als Betriebsrat. Und hier kannst Du kostenlos unseren Kanal abonnieren. Wir freuen uns auf Dich. Sei beim nächsten Mal wieder dabei! Ü205